Nachttulpe. Eine Nachttulpe. Wer sagt da nicht nein? Und noch eine Ersensminze. Uff. So, ich bin jetzt aber auch schon wieder einmal fast die ganze Höhle durch. Das ist faszinierend. Reinheitsmoos. Dankespiel. Genau das habe ich gebraucht. Noch ein Himmelsverhalter. Jawohl. Schienenbeinmaloch. Kniescheibenfels und Schienenbeinmaloch. Ach, sinnlos. So, ich gehe davon aus, dass oben die Sachen nicht wieder da sind. Doch, okay. Auf der linken Seite beim unteren Ausgang. Okay, die eigene Sache ist wieder da. Wow. Habe ich bestimmt nur übersehen beim ersten Mal. Und jetzt bin ich wirklich fast alles durch. So, hier auf der linken Seite sagt er. Hier ist schon etwas vergraben zu sein. Äh. Ernsthaft? Er hat einfach die Quest-Belungen vergraben. Kranker Typ. Kniescheibenhügel. Haben wir nie Gespräch zwischen? Niemandem. Das ist hervorragend. Äh. Nette aus. Auf jeden Fall. Das ist gerade das Schwerzahn. Krass. Äh. Okay. Wenn ich das Gebiet kurz verlasse. Und wieder da hinlaufe. Habe ich dann das Glück, dass die Sache noch wiederkommt. Kann ja wohl nicht sein, dass ich jetzt wegen diesem einen Ding nur so hier rumhusteln muss. Nur für die scheiß Kolonie. Ach, am Arsch. Und wenn ich einfach mal... Ich würde es eigentlich nicht machen, aber... Den hier mache. Und gleich danach den hier mache. Wenn ich jetzt den fackt, mich jetzt mit den Texturen laden ab. Dann wird es nicht viel besser. Das Spiel weiß. Das Spiel weiß. Äh. Cool. Also die Sammel-Items kommen wohl nicht immer, dann, wenn ich es gerade brauche. Und jetzt, obwohl ich das meiste eigentlich durch bin. Da hat es eigentlich relativ wenig Sinn, hier auf Kram weiterzusuchen. Da muss ich eben nochmal zurück in die Kolonie 6 und versuchen, was anderes zu machen in der Zeit. Viel mehr Optionen habe ich ja nicht. Ei, ei, ei. Okay, Juju, erzähl mir was. Äh, was haben wir denn noch? Wohnhäuser... ...Hasoduftholz... ...Präsident... ...Präsident... ...Kuttelbrett... ...Okay, Natur... ...Natur kann ich direkt machen. Das ist perfekt. Hey, neue Anlagen. Das rächt jetzt sogar hier um. Aufbaustufe plus 2 und kein einziger Einwohner mehr dadurch. Cool. Äh, so. ...Hasoduftholz... ...brauche ich. Äh, Kuttelbrett. Okay, erzähl mir was zu den Kuttelbrettern. Äh, wir haben jetzt sogar Imbissstände. Doch leider fehlt uns noch eine geile Küche. Aber in der Entgebung wüsste ich niemanden, der in Frage käme. Okay. In einem warm, feuchten Ort. Okay. Ja, nee. Magna ist klar. Kutteln. Aber danke für diesen Hinweis. Bist der beste Juju. Ach, gut, dass ich genau diesen Einschnellreisepunkt für diese ganze Region habe. Das macht immer wieder Spaß. Kuttelbretter. Das könnte jetzt auch gefühlt... ...jede einzelne Kuttel-Game, die ich treffe. Wirklich. Jede... ...fucking einzelne. Ich hoffe, es geht schnell die Viecher abzuschlachten. Wirklich. Äh, yo. Jetzt bin ich schon wieder ein Magna. Eigentlich müsste ich das Team wirklich mal umbauen. Aber ich bin gerade sowas von krass demotiviert. Wieder alles komplett auszustatten. Amos-Orga. Sabolum-Orga. War ich mit denen jetzt schon fertig? Mit den ganzen Orga-Gurine. Ich hoffe doch. Hühle-Kuttel. Sabolum-Orga. Hühle-Kuttel. Auf. Ich habe einen Sto-Arg Motor sch kob es kl restraint. Wun und die Leute schjarne ihn mit mich. Und jetzt mache ich mich kurz. Rikki war er sich selbst IDE. Oh… Ist das auch wichtig? No. So, der will auch noch umgestreßt. Dann gebe ich ihm heute noch besser was. Ja... Oh Gott! Sieh dich! Gut, dass der jetzt die... Ach so, er hat das Kuttelbrett gedroppt? Der Ogre? Äh, dein Ernst? Ja, gut. Besser, dass ich es gleich so gefunden habe, als irgendwie anders zu suchen. Man wird davon ausgegeben, dass es auch von den Kutteln gedroppt wird, ja? Sinnlos. Okay, nur noch kurz den Scheiße mitnehmen. Was ich habe, habe ich. Seetangpilz, nett. Oh Gott! Enigma-Lotus, Tapetenwechsel. Äh... Jack Wright wird niemals aufhören, oder? Oh Mann! Warum tue ich mir das überhaupt an mit den ganzen Quests? 400 Scheiß-Quests, Mann! Für ein dreckiges Wii-Spiel... Saftraube... Schwarz-Lilie. Ja, unbedingt. Gibt es hier keinen besseren Ort für Sammleitems abgreifen? Irgendwas? Oh, ein Tomalin-Pilz. Oh, ein Tomalin-Pilz. Genau, den habe ich gesucht. Nicht. Limonadenhimmel. Die Namen der Sachen sind echt immer wieder faszinierend. Die Sachen sind wirklich so gut verstreut. Eine Prinzessin, Narzisse. Schon wieder. Ich brauche mehr Lotus. Mehr Lotus. Eine schwarze Linie. Dankeschön. Du hast mein Gebet nicht gehört. Noch eine schwarze Linie hier. Was sagt man dazu? Joa, aber so kommt man ja auch durch diesen Wald auf jeden Fall an, wenn man diesem Ding anfolgt. Hat schon was. Ein Summen-Messel. Klar. Noch eine schwarze Linie hier. Dass die Wahrscheinlichkeiten hier gleich sind, braucht man keine erzählen. Auf gar keinen Fall. Tomalin-Pilz. Komm, spiel. Ein Seetank-Pilz. Sinnlos. Oh. Neuer Reisepunkt Windmühlen hätte. Aber ich glaube. Vor allem. Ich bin noch hier schon mal am Rand lang gegangen, weil ich wusste. Dass ich irgendwo einen Schneidenspunkt geben muss. Oder ich mich dann gesucht habe. Ich hoffe mal ganz random. Korrekt-Spiel. Korrekt. Oh. Endlich mal Lotus kommt. Frühlings-Winds-Solo ist. Der muss drauf leiden. Aber ich glaube mit dem Team kann ich das noch komplett vergessen. Oder? Ja. Zum Kämpfen müsst ihr jetzt nicht unbedingt nehmen. Äh. So. Ihr seid ersetzlich. Aber alle. Ja, die sind eh nur zum Questen gut. So wie die jetzt sind. Zum Herzen fahren. Der Gegner ist weich. Aber keine Garten. Ups. So. Barriere am Arsch. So. Der Team bleibt mir kurz gefüllt. Äh. Oder? Zieh dich. Ey. Oh. Dann wird es extrem. Warum? Ey. Ich weiß nicht, dass es sich ausweichen könnte. Boah. Ich aber auch. Oh Moment, ich weiß noch wann. Äh. Das solltest es tun. Ähm. Ich bleibe voll. Na komm. Gehrekt. ja das vierte stachelaura wie auch immer das sein kann ich habe gerade auch gelöscht aber hast du so gedacht das hat meinen anderen team wirklich geholfen habe ich aber keine quest belabert da ist schon okay eigentlich würde ricky sich ein physisches team komplett anbieten statt ryan ricky mit der sterbenstieler kann immer noch irgendwie tanken aber halt nicht so richtig der hat so viele hp aber hat keine skills dafür sorgen dass er halt die agro zählt das ist das was ricky als tank so ein zurückhält er kann zwar viel aushalten aber gut ich glaube besser ist das wird gerade nicht ich müsste es auch dann werden spielen fällt mir k2 ein dazu kommen vielleicht noch ein paar sachen die tankpilz natürlich gut also endlich mal das wird auf jeden fall noch hart gesucht werden müssen zwischen schala melia obwohl ich versuche schon die ganze zeit jungen näher zu bringen klappt das kein fucking bisschen ich glaube ich werde diese quest einfach auf eis legen ich meine was soll das melia versteht schon mit niemanden gut die ganzen die nicht wirklich gut verstehen sind als die drei hier und nicht mal wirklich gut ryan und dann bin es immer noch nicht so wirklich freunde naja manne hmmm ok ja das melia eine gute bildung mit den anderen hat ist halt schon relativ wichtig aber ach egal so kämpfe ich nicht auf weiterhin die drei das klappt ganz gut ich möchte ob ich kurz abschließen gehe dann tue ich jetzt wieder rausholen sinnlos aber was soll man machen oh komm gibt lotus schade wie vielleicht doch abgrasen müssen bis endlich hat irgendwas ungelootet das sehr schön von qualität wenn ich sowas liegen lasse zum nasseln klar das mal wasserloch war ich da ganz hinten endlich schon mal drin limonadenhimmel perfekt alles was ich nicht suche gibt es hier schade ist gar kein heißer tag ist da hat mich auf jeden fall noch viel auf mich honig rhabarber also jemand ja noch kein honig rhabarber gegessen hat kann ich kein respekt haben fünf scheiß gift echsen geil wie genau bin ich schon wieder in magna gelandet mit den quests ich würde doch eigentlich nur dieses dämliche brett holen jetzt mal ohne witz das war so gar nicht der plan hartskäfer so was soll das darstellen ein weitreichendes nichts das wird ihr von mir zieht euch na dann bin falsche stamm oder was na herzlichen glückwunsch na komm her ja ich dachte doch drüber hoch gekonnt alles käfer auf jeden fall so komm gib Junge gib an Nikman Lothos ach sind los cool also magna werde ich auf jeden fall noch ordentlich einsammeln müssen das könnte sich auch wieder sinnlos ziehen jo also von der story können wir schon mal für den ersten hundertparts tschüss sagen viel zu viel zu tun viel zu fucking viel das kann ich mir das alles questen sagen die damen sich geiz dafür geschrieben haben müssen doch nicht wahrlich gewesen sein und dass bei quest mehrere ausgänger haben uff da hinten gibt es irgendwas wie nett das ist nicht mehr an und es ist ein eine giftexe cool noch zwei lotus mehr eine giftexe mehr und dann haben wir es auch eigentlich schon ok was gibt es hier ach ne da rüber muss ich ok und dann den langen weg weil es uns spaß macht ach ne ich könnte dann bin eigentlich auch mal die anderen tempel gewählen geben äh ja ne das kann ich behalten aber ja die sachen sind mir wieder nicht nach rang sortiert das ist auch immer sehr schön wenn es nicht klappt äh kampfes mut am arsch äh kampfes mut am arsch so muss man kurz im tempo jetzt kann es richtig abgehen oh wanner ist nebula falls man es mal irgendwann braucht falls man es mal irgendwann braucht wenn man es mal irgendwann braucht äh man will dieses flieh schubrängte sind was jawohl jetzt ist es mal raus soo jetzt muss dieses hier sich nicht hochladen das ist jetzt los los oh perfekt elementarteilchen Juhu, also auch die Nebulas müssen jetzt auf jeden Fall werden glauben. Egal wer es ist. Und dann steht noch einer. Dann bezieht er auch den halben Dschungel auf sich. Das ist auch total geil. Ja, erstmal. Na los. Dreh mich nicht zu schwanken, jawoll. Element ist Haarkanone. Krass. So, auf. Ach ne, ich wollte doch eigentlich nochmal Schulks Techniken-Level. Was ist falsch? Wir sind mit. Boom. Jetzt ist es Zeit. Was ist denn jetzt hier? Easy. Nebel Element. Cool. Oh nein, was ist jetzt los? Fünf Stück Lachsbauchfleisch sehen lecker schmecken aus. Riki will nach in der Mikrodamischen Sau auf, Riki. Lachsfleisch. Fünf Stück davon. Na, unbedingt. Ganz sicher. Sehe ich schon genau kommen, wie ich es machen werde. So ein Dreck, Mann. Ich wollte niemals so viel questen. Einen roten Marienkäfer. Einen roten Marienkäfer. Ist dann gar nicht gehabt, glaube ich. So, die Fliecher ist ja nochmal in Ruhe. So, was ist das hier für ein Scheiß? Was soll ich damit? Ein Monster Ei. Und das stört keinen, dass ich das hier mitnehme? Okay, klar. Macht euer Ding. Lasst euch nicht stören. So, äh, wir könnten jetzt noch Sammleitems abharzen. Hier unten vielleicht noch ein bisschen. Wow, ein Sammleitem. Los geht's. Einen Summenessel. Oh, der Marienkäfer. All den Dreck, den ich klappe. Ich brauche. Hervorragend. Ich glaube, dass es auf dieser Route nach unten noch gar kein Sammleitems gibt. Das fasst mich auch immer wieder. Ähm. Da könnte noch was sein. Noch ein roter Marienkäfer. Klar. Ja, sonst muss ich eben auch hier wieder später hinkommen. Ich muss eh nicht nochmal nach Tephra. Kann ich immer so hin und her switchen, bis ich endlich die Sachen hab, die ich alle komplett brauche. Äh. 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 Geht doch. Schöne giftige Farbe. Abschreckende Marathon. Sorry, du Glyft-Echsen. Erledigt. Cool. Brauche ich noch den Regen, mein Lotus. Ah, okay. Pech gehabt. Woah. Dann bin ich noch fast einen Abgang. So, wieder zurück nach Tephra. Woah. Das macht Spaß. Das macht extrem Spaß. Sammleitems looten. Immerhin, sie sind noch wieder da. Dann ist sie auch wieder mit Speed unterwegs. So, irgendwas. Komm. Gib Kniescheiben fest. Nichts Glückshase. Nichts Irrsensminze. Goldkicher am Arsch. Reinheitsmoos. Nö. Hm. Dort hat es Kniescheibenhügel, aber hat keine Kniescheibenfest. Und noch mal ganz Spaß drin. Auf das es irgendwann klappen möge. Höhenratte. Unbedingt. Und die komme ich gar nicht klar. Klopfliege. Verwirrungsefeu. Dunkeltraube. Schon wieder. Jetzt wo die keinen Arsch mehr braucht. Oh, das ist Minze. Oh, das ist Minze natürlich. Ja. Das war schon wieder okay. Komm. Gib doch jetzt. Kniescheibenfest. Dankeschön. Okay. Nicht nur vor, ich habe aber die vier Sachen hier unten mit. Gehe trotzdem noch mal zur Quelle und dann muss er wirklich mal reichen. Höhenratte. Durchmantel. Ich habe noch ganz, ganz die Kollektion hier erledigt. Ausensminze. Aber mit dem wahrsten Kniescheibenfest, der gefehlt hat. Goldkriecher. Sinnlos. Okay. Zwei Sachen hier noch. Das sollte reichen. Wehe wenn nicht. Komm ich dich holen Juju. Je scheiße wie du mich hier aufträgst. Dieses dreckige Level. So. Auf ein weiteres. Pam. 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 So. Wiederaufbau. Speziell. Kniescheibenfels. Regenelement. Alles da. Geld habe ich auch genug. Woah. Das ist sie. Die Zentrale. Ne. Das Versammlungshaus sollte es sein. Aufbaustufe plus drei. Cool. Wir haben alles auf erster Stufe. Cool. Es wurden Straßenlaternen errichtet. Die Bewohner überreichen euch ein Geschenk. Nanoreaktor. Cool. Damit kann ich zum Jovenonkel zurückkehren. Nicht schlecht. Äh. So. Ich habe gehört. Huch. Ivan. Du schon wieder? Anna. Ihr wollt mit mir über Liebe reden? Wow. Ich würde sagen. Verliebte müssen sich Geschenke machen. Damit zeigt mir wie wichtig einem der Partner ist. Aber wenn du es sagst. Und Anna setzt auch noch eine Quest. Olga ist immer so nett zu mir. Meint ihr dass es daran liegt, dass sie auch einsam ist? Schau mal. Was ist das? Ach ja. Übrigens. Nikita und Kiroki sind los um den Monster an mir zu erlegen. Und wer hat sie dort hingeschickt? Ich natürlich. Gute Idee, oder? Jetzt ist die Cool nie sicher. War es vor den beiden? Nikita. Wer hat schon mal vorgehen? Huch schuldig. Uns fress nicht die Monster. Warte Kiroki. Lass mich nicht allein. Well. Äh. Was? Die Monster können die ganze verletzen? Aber sie haben gesagt, dass ich Monster mit links besiegen. Wenn ihnen etwas zustößt, werden sie mir die Schuld geben. Ja. Das ist richtig. Ich bin damit nicht sicher. Ich gebe das nicht. Ich bin aber auch nicht. Ich bin nett am Tag. Vielen Dank.